Hallo und herzlich Willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Intel, Airbnb und Monster Energy. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video mit der Grafik Smart Money vs. Dumb Money. Als kleiner Reminder, dass wir übergeordnet im aktuellen Marktumfeld die institutionellen Anleger nach wie vor im Bereich der extremen Gier sehen, während wir die Kleinanleger hier deutlich abgekühlt sehen, sogar im Bereich von neuen Jahrestiefs. Und das ist etwas, was wir übergeordnet bitte in der aktuellen Marktsituation auf dem Schirm haben. Aber in erster Linie bitte bei potenziellen Dips im Markt, die kann man durchaus als gewisse Kaufzeitpunkte sehen. Was wir heute allerdings sehen, ist wirklich auch gerade, wenn man sich den Grund anschaut für diese Rallye, durchaus die Definition einer Erholungsrallye. Und da muss ich sagen, bin ich gerade kurzfristig durchaus nochmal skeptisch, ob das möglicherweise nicht nochmal ein wenig abgekocht wird. Den Grund schauen wir uns gleich dafür an. Natürlich gehen wir auch bei der Chartanalyse heute im Detail. Das wird heute sehr, sehr wichtig sein auf die Widerstände ein im Markt, den wir uns ganz klar auseinandersetzen müssen bei den Indizes. Und wir schauen nochmal so ein bisschen auf das Thema, ob die KI-Aktien aktuell möglicherweise ein Schnäppchen sind. Doch zuvor schauen wir in den Wirtschaftskalender und unter anderem auch auf den Grund für die heutige Erholungsrallye. Die Abverkäufe waren ja unter anderem begründet auf der einen Seite natürlich durch das Thema Yen und vor allen Dingen durch die Rückabwickelung des Yen-Carry-Trades ausgelöst durch die Zinsanhebung der Bank of Japan, aber auch auf der anderen Seite durch diese starken Wachstums-Sorgen oder Rezessionsängste, die der Markt hatte. Unter anderem ja getriggert durch die SAM-Regel, die Ende letzter Woche eben mit den Arbeitslosen-Daten getriggert hatte. Und das hat den Markt natürlich stark unter Druck gesetzt. Heute bekommen wir die, das muss man wirklich sagen, als einzelnen Datenpunkt ziemlich irrelevanten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und die sind etwas freundlicher reingekommen als die Prognose, sind auch deutlich unter der Vorwoche reingekommen. Die wurde nach oben revidiert auf 250.000. Heute wurden 233 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet. Und das nutzt der Markt jetzt hier, um diese Wachstums-Sorgen, muss man wirklich sagen, kurzfristig wegzuwischen. Ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen, habe ich meine Zweifel an der heutigen Rallye. Gar nicht unbedingt im Hinblick, dass wir nochmal übergeordnet komplett neue Tiefs im Markt sehen, aber so ein bisschen, dass diese heutige kurzfristige Euphorie möglicherweise nochmal ein bisschen abgekocht wird. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Denn an der Tatsache, dass wir übergeordnet aktuell nach wie vor im Rahmen einer Korrektur unterwegs sind, ändert die heutige Rallye zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts. Das muss man uns natürlich in den kommenden Handelstagen ganz genau anschauen. Deswegen wird heute auch die Chart-Analyse sehr, sehr wichtig sein, wo wir eben gerade auf die jetzt bevorstehenden Widerstände eingehen. Aber man muss auch ganz klar auf dem Schirm haben, dass vor allen Dingen im AI-Bereich zuletzt so richtig draufgehauen wurde. Wir sehen hier mal die Ein-Monats-Performance. Natürlich die heutige Rallye nicht mit eingerechnet. Völlig klar von durchaus wichtigen KI-Aktien. Nvidia, Supermicro, Micron Technology und natürlich auch AMD, ASML sowie Taiwan Semi sind hier dabei. Die haben alle zweistellig verloren. Spitzenreiter hier sogar Supermicro, die sich ja nahezu halbiert hat. Auch bei Nvidia wurde richtig draufgehauen. Minus 25 Prozent. Micron minus 33 Prozent. Auch bei AMD knapp minus 30 Prozent. Und da ist auch, muss ich ganz klar dazu sagen, derzeit meine Watchlist gut bestückt. Und ich sage auch ganz klar dazu, Rücksetzer, wenn wir sie jetzt nochmal sehen sollten in diesem Bereich, werde ich weiter dann durchaus auch als Kaufzeitpunkte sehen. Und dazu muss ich aber auch sagen, ich stehe dem KI-Narrativ weiterhin durchaus konstruktiv gegenüber. Das habe ich aber auch in den letzten Tagen immer wieder betont. Und so muss ich sagen, überwiegend für mich jetzt in dieser Korrektur. Vor allen Dingen, wenn es in dem Bereich, vor allen Dingen auch im Big- und Mega-Cap-Tech-Bereich nochmal Schnäppchen geben sollte. Die Chancen derzeit noch die Risiken. Und Barclays gibt hier der Argumentation auch so ein bisschen Rückenwind. Die sagen hier nämlich, möglicherweise ist es der Zeitpunkt, sich mal auch auf die Fundamentals zu konzentrieren, was KI angeht. Jetzt höre ich schon brummen in der Bärenhülle. Na, das sagen wir doch die ganze Zeit. KI, Riesen-Bubble. Kann man nicht kaufen. Naja, schauen wir hier mal ganz genau hin. Und zwar ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr spannende Grafik. Und zwar sehen wir hier zwei Linien. Die eine knickt hier eher so nach unten, vor allen Dingen jetzt seit Anfang 2024. Die andere klettert hier indes aber weiter. Und worum geht es hier? Die etwas hellere Linie, das ist die relative Performance eines Korps an Aktien, die von KI profitieren, relativ zum MSCI All Country World Index. Und die etwas dunklere Linie, das sind die Earnings dieser KI-Gewinner relativ zum MSCI All Country World Index. Und das finde ich schon durchaus spannend, dass hier die KI-Gewinner quasi weiter outperformen, den breiten Markt, was die Earnings angeht. Aber hier vor allen Dingen jetzt auch seit Anfang 2024 eher so ein bisschen. Und vor allen Dingen jetzt seit März und ganz explizit seit Juli die Performance eher nicht so gut aussieht im Verhältnis zum MSCI All Country World Index. Und da könnte man natürlich jetzt einen gewissen Fall aufmachen, ob KI-Aktien jetzt derzeit on sale sind, ob sie langsam aber sicher vor allen Dingen eben, und das schauen wir uns gleich noch in der weiteren Grafik an, wenn es nochmal einen Dämpfer geben sollte in diesem Bereich, dann möglicherweise sogar ein Schnäppchen sind. Denn auch wenn wir das mal speziell jetzt auf die Magnificent Seven beziehen, muss man sagen, kommen die Bewertungslevels langsam aber sicher durchaus in interessante Bereiche zurück. Wir sehen hier mal das erwartete KGV, die hellblaue Linie. Das sind entsprechend eben die Mega-Cap-Tech-Aktien. Das ist unter anderem natürlich Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon und Tesla. Und diese Aktien sind jetzt hier im Korb bewertet, derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Jetzt heute natürlich im Anstieg kommt hier wieder ein bisschen was drauf. Und deswegen sage ich aktuell auch ganz klar dazu, ich lasse mich hier nicht in Anstiege reinziehen. Keine Frage, ich kaufe aktuell in diesem Bereich, wenn dann Dips. Denn der 10-Jahres-Median liegt hier in etwa bei einem erwarteten KGV von 24 und am Tief 2022, also am Tief der großen Korrektur, auch zum Jahreswechsel 2023 hatten hier die Magnificent Seven dieses erwartete KGV von 24. Und wenn ihr euch mal erinnert, da war die Stimmung diesen Aktien gegenüber extrem schlecht. Da waren die Kurse dieser Aktien auch nochmal deutlich tiefer, was nichts anderes heißt, dass die eben nicht nur im Kurs gestiegen sind jetzt seitdem, sondern dass die auch ganz klar abgeliefert haben, was ihre fundamentalen Entwicklungen angeht. Denn ansonsten wäre es natürlich nicht möglich, dass wir uns jetzt hier mehr oder weniger wieder in einem ähnlichen Bewertungsbereich aufhalten, aber die Kurse deutlich höher stehen. Und das ist eben immer das Wichtige, nicht nur auf den Aktienkurs schauen und sagen, das ist jetzt gestiegen, das kann man nicht mehr kaufen. Nee, das macht wenig Sinn, vor allen Dingen bei Wachstumsaktien macht das wenig Sinn, sondern achtet hier vor allen Dingen auch auf die erwarteten Kursgewinnverhältnisse. Denn der Markt preist hier ganz klar die Zukunft ein bei diesen Titeln. Und da muss man sagen, sind hier die erwarteten KGVs langsam aber sicher wieder interessant. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt wie gesagt auch durch solche Anstiege wie heute, das ist für mich dann kein Kauf. Wenn es allerdings jetzt nochmal scheppern sollte, wenn so ein Anstieg dann nochmal abgekocht wird, weil jetzt eben heute sich wieder viele reinziehen, dass die sagen, ja Korrektur vorbei, super, jetzt kaufen wir steigende Kurse. Naja, Vorsicht. Aber wie gesagt, wenn es hier nochmal kracht, dann muss man sagen, wären das durchaus interessante Levels. Im ganz großen Bild, wer hier jetzt noch mitspielen möchte, wer hier einsteigen möchte, der muss natürlich auch Buy and Hold und Check betreiben. Und Check in diesem Fall natürlich ganz klar darauf achten. Bleibt das KI-Narrativ intakt? Und da werden natürlich auch in erster Linie Ende August die Nvidia Earnings hier ein ordentliches Wörtchen mitreden. Damit kommen wir zu den wichtigsten Charts des Tages. Wir beginnen mit dem Bitcoin und der ist heute sehr, sehr stark unterwegs. In den letzten drei Acht-Stunden-Kerzen konnte der Bitcoin um knapp 10% hinzugewinnen. Ist jetzt ganz knapp unter den 60.000 US-Dollar. Das Top der aktuellen Acht-Stunden-Kerze ist genau bei 59.860 US-Dollar. Wir werden uns jetzt mal hier die Downside entsprechend abmessen, auch für die Zielzone, für die Golden Zone. Da sind wir jetzt beim 50er Fibonacci. Das 61er Fibonacci ist dann hier der Bereich um die 62.500 und hier sind brutal viele Widerstände. Das muss man wirklich auf dem Schirm haben. 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie und auch das übergeordnete große 88er Fibonacci ist hier in diesem Bereich. Und vor allen Dingen ist hier oben auch eine Kurslücke bei den Bitcoin-Futures. Also im Bereich um die 63.000 US-Dollar muss man wirklich nochmal vorsichtig sein für einen Pullback. Was man aber auch ganz klar dazu sagen kann, ist, dass das jetzt durchaus eine sehr impulsive Gegenbewegung ist. Dass sie zuletzt vor allen Dingen gar nicht mehr diesen Tiefendip gebraucht hat. Was man aber dann auch machen muss, ist hier ein bisschen anspruchsvoll sein. Und da kann man dann durchaus auch mal sagen, okay, wir zeichnen uns jetzt hier vom Tief mal diesen Aufwärtstrend ein. Wenn der halten sollte, wäre es wirklich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn wir im Rahmen von diesem Aufwärtstrend aus den 62.000 bis 64.000, 65.000 ausbrechen sollten, dann hätten wir wirklich sehr, sehr viel Abstand zu den wichtigen Supports. Und da muss man auch sagen, wäre ein potenzieller Pullback dann durchaus relativ entspannt zu beobachten. Wenn wir jetzt hier bei der 200-Tage-Linie aber nochmal wirklich herben Widerstand bekommen sollten und dass hier auch dieser Trend bricht, dann müssen wir nochmal nach unten schauen. Und wo wir den Bitcoin meiner Meinung nach nicht mehr drunter sehen wollen. Das ist hier zuerst mal unter den 55.000. Das ist mein erstes wichtiges Level, mein absolutes Make-or-Break-Level, wo ich den Bitcoin jetzt wirklich aus aktueller Sicht nicht mehr drunter sehen möchte. Ansonsten müsste man auch nochmal mit neuen Tiefs rechnen, ist der Bereich um die 52.000. Und ein Chart, wo man sehr schön sieht, wie erratisch die Märkte aktuell sind, das sind hier vor allen Dingen die eigentlich, was man ja sagt, das eigentliche Smart Money, die Anleihen. Denn man muss schon sagen, das ist hier absolut extrem, was wir aktuell beobachten. Ein Anstieg bei der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Seit Montag, als wir hier die größte Wachstumsangst hatten, als dieser kleine Flash-Crash im Markt war, 3,66 Prozent. Am Tief sind wir jetzt 10 Prozent angestiegen auf 4,01 Prozent. Wir sehen jetzt die 10-Jährige bei knapp über 4 Prozent. Und meiner Meinung nach dürfte hier durchaus auch nochmal ein Backtest im Raum stehen, der 3,8 Prozent. Und das wäre dann eben vermutlich wieder begleitet mit gewissen Wachstumssorgen. Aktuell muss man sagen, wenn der Dollar, und das ist eher so ein Paradoxum, wenn die Zinsen steigen und der Dollar steigt, dann hat er das jetzt kurzfristig eher mal was Positives auch für die Märkte. Aber nicht, weil es übergeordnet Positives, sondern weil das eben hier zeigt, dass diese Wachstumsängste, die Panik, die wir förmlich gehabt hatten, ein bisschen rauskommt aus dem Markt. Heute eben begründet durch die etwas kühler reingekommenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber wie gesagt, für mich ist das jetzt aktuell eher noch eine Findungsphase, eine Konsolidierungsphase, auch bei den Aktienmärkten. Wir schauen uns das gleich an beim S&P 500 und auch vor allen Dingen beim Nasdaq. Wir sind hier in einer sehr, sehr großen Range unterwegs. Und man muss sagen, diese Range lässt sich dem Markt aktuell voll und ganz schmecken. Man darf jetzt hier aber nicht überrascht sein. Und darüber hatten wir auch vor kurzem gesprochen bei den Makrodaten. Märkte nach solchen Volatilitäts-Events, wie wir es am Montag gesehen haben, die bleiben gerne volatil. Solche Erholungsrallys sind hier nichts Besonderes. Aber man muss auch immer zumindest noch darauf eingestellt sein, dass so ein Markt dann letzten Endes jederzeit auch die Tiefs nochmal antesten kann. Damit ist jetzt eher der Aktienmarkt gemeint. Und von solchen Bewegungen darf man sich dann nicht abschütteln lassen. Im Gegenteil. Und deswegen ist es so wichtig, eben aktuell gerade mit solchen extremen Anstiegen sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Und wenn man dann schon sagt, ich denke, der Boden ist drin, dann braucht man auch nicht unbedingt so einen heutigen Anstieg kaufen, sondern sollte sich dann immer auch den nächsten Pullback anschauen. Denn wir wissen, Märkte laufen in Wellen. Und wenn so ein Anstieg wie heute dann nachhaltig ist, naja gut, dann wird er halt mild abkorrigiert. Auf jeden Fall sollte man vor allen Dingen in so einem unsicheren Umfeld dann auf diesen milden Pullback warten. Den dann aber auch, wenn man möchte, gerne kaufen. Weil wenn das nachhaltig bleibt, dann folgt eben in der Regel ein nächster scharfer Impuls darauf. Und deswegen ist auch ein zentraler Chart aktuell bei mir immer wieder den Volatilitätsindex zu beobachten. Und solange der noch über den 20 bleibt, muss man sagen, sind wir jederzeit auch gefährdet, dass er sich nochmal aufschaukelt. Und gerade nach so einer 3-plus-Prozent-Rallye, wie wir sie heute sehen, beispielsweise im Nasdaq, wäre das natürlich durchaus prädestiniert dafür, wenn der Wixi nochmal aufschaukelt. Na ja gut, dann gibt der Nasdaq das Ganze halt nochmal ab. Oder eben nur einen Teil davon. Und deswegen wird es unglaublich spannend sein, sich den nächsten Pullback ganz genau anzuschauen. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, es wird jetzt immer mehr Schaden auch verursacht bei den Trendfolgern. Denn die haben sich jetzt gerade hier darauf eingestellt, okay, wir sind im Short-Gammer. Ja, dann positionieren wir uns zur Downside. Nee, nee, heute geht es massiv nach oben. Jetzt werden die hier wieder getrappt, werden hier wieder rausgeworfen. Jetzt gehen sie dann auf die Long-Seite. Na ja, dann wird es nicht überraschend sein, wenn wir da nochmal etwas abkochen, nur um wirklich im Lager der Trendfolger massiven Schaden anzurichten, um wenn der Markt dann eben hier letzten Endes in die nachhaltige Bewegung reingeht, um die halt dann wirklich auch in die Position zu bringen, dass sie hinterher springen müssen, was eben dann letzten Endes diese schönen nachhaltigen Aufwärtsbewegungen ermöglicht. Und wenn wir in diesem nachhaltigen Aufwärtstrend sind, wird er auch gekennzeichnet sein dadurch, dass wir eben aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Und ob das jetzt bereits soweit ist oder ob wir nochmal abkochen, da muss man auch ganz klar dazu sagen, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Was wir wissen ist, dass der Bereich zwischen 5.300 und 5.400 sehr, sehr wichtiger Widerstand ist für diesen Markt, dass wir gestern auch genau hier in diesem Bereich der 5.330 abgeprallt sind und dass jetzt eben auch vor allen Dingen hier im S&P 500 die heutige Rallye uns nur an die gestrigen Hochs ranführt. Und deswegen habe ich hier auch nach wie vor meine Projektion im Chart, dass wir durchaus eben nochmal vorbereitet sind. Das kann hier nochmal rutschig werden zwischen drei, vier, möglicherweise sogar viereinhalb Prozent abkochen zur Downzeit. Ich habe auch noch die 200-Tage-Linie auf dem Schirm, die hier interessant eben immer näher kommt, auch vom Kurs, weil die eben steigt. Und wenn das hier durchaus nochmal ein bisschen schwierig wird im Rahmen des Abwärtsrenns und wir würden uns danach bei höheren Tiefs die 200-Tage-Linie fischen, dann muss ich wirklich sagen, wäre das hier nochmal ein sehr, sehr schöner Kaufzeitpunkt. Also habt das auf dem Schirm. Der Ausgang dieser heutigen Rallye, der ist ungewiss, der ist immer ungewiss und man muss einfach hier seine Levels auf dem Schirm haben. Das hat uns angezeigt, dass hier unten die wichtigen Supports sind, vor allen Dingen auch im Rahmen des Zwischentiefs im Juni, vor allen Dingen auch im Rahmen der 5200 Punkte. Das hat durchaus jetzt schon zweimal gehalten. Ein Backtest von diesem Level halte ich aber definitiv nochmal für realistisch und vor allen Dingen, was man halt auf dem Schirm haben muss, sind die wichtigen Widerstände im Rahmen von so einer Konsolidierung. Und das ist eben hier, wie gesagt, der Bereich zwischen 5300 und den 5400 Punkten. Wir kommen zum Nasdaq und auch hier sehen wir heute eine starke Rallye. Ähnliche Preis-Action wie beim S&P. Gestern ins Closing rein, diese massive bärische Engulfing-Kerze. Ein Minus von 3,6% und dieses Minus der letzten 8-Stunden-Kerze. Gestern holen wir aktuell wieder komplett auf. Wir sind jetzt wieder am Widerstand, der gestern hier gegriffen hat, bei den 18.400, 18.420 Punkten angekommen. Der hätte aber auch noch Platz und das muss man sich vor Augen führen, um hier den übergeordneten Abwärtstrend anzutesten. Könnte der Nasdaq aus aktueller Sicht nochmal 3,5% draufpacken, nur um dann, aber jetzt muss man wirklich sagen, im Extremfall hart abzukochen, sogar nochmal unter die 200-Tage-Linie zu fallen, um dann von hier oben im Extremfall, wenn wir am Widerstand abprallen, sogar bis zu 8,5% abzukochen. Der Markt hat sich hier eine gewaltige, möchte ich sagen, Range geschaffen, eben mit diesem Flash-Crash am Montag und all diese Preisbereiche bis hier oben in dem Bereich um 19,1% und runter in dem Bereich um die 17,3%, das ist die Range, die dieser Markt völlig problemlos bespielen kann. Das wäre für die Algorithmen die Hölle, wenn die sich jetzt hier reinziehen lassen, komplett abgekocht werden, sich nochmal reinziehen, abgekocht werden, um dann letzten Endes hier auszubrechen. Da muss man wirklich sagen, da wären die Algorithmen komplett kire und sowas kann dann letzten Endes eben auch wirklich finale, nachhaltige und vor allen Dingen dann eben mehr Wochen oder gar mehr Monatsböden bilden. Also hab's auf dem Schirm, der Markt bleibt hier vermutlich noch ein wenig volatil, ist jetzt aktuell am Widerstand angekommen. Ein Breakout, muss man aber auch dazu sagen, aus den 18.450 vor allen Dingen, aus den 18.500 kann dann hier direkt nochmal bis zu 2, 3% Aufwärtspotenzial freisetzen, aber dann gerade beim Abwärtstrend nochmal sehr, sehr vorsichtig sein, vor allen Dingen, weil es absolut eindeutiger Kreuzwiderstand ist. Was Support war im Bereich, kann dann hier zusammen mit dem ehemaligen wichtigen Trendkanal, dem großen Abwärtstrend und eben der ehemaligen Supportzone hier zwischen 18, 8 und 19 zum Widerstand werden. Abkochen nochmal in Richtung Trend. Wie gesagt, wir müssen es abwarten jetzt in den kommenden Tagen. Was allerdings hier meiner Meinung nach wichtig bleibt, ist eben gerade diese extremen Anstiege, gerade wenn sie dann auf so fragwürdiger Basis beruhen, wie jetzt heute diesen Arbeitsmarktdaten eher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was ich aber auch sage, ist, solange hier vor allen Dingen entweder die 200-Tage-Linie, also der Bereich von den 17, 8 oder eben die Verlaufstiefs und dieser extrem zentrale Aufwärtstrend halten, halte ich diese Bereiche, diese Pullbacks runter nochmal in diese Zone. Wie gesagt, für sehr interessante Kaufzeitpunkte. Wir kommen zum DAX und hier finde ich die Preis-Action äußerst spektakulär. Wir waren gestern im Bereich um die 17.300. Da haben wir gesagt, wir müssen über die 17.400, vor allen Dingen über die 200-Tage-Linie und das hat er heute geschafft und wir sind jetzt auch über der 200-Tage-Linie. Aus Sicht dieses Hochs, das wir hier gesehen haben, Ende Juli runter ans Tief, sind wir jetzt am 38er Fibonacci. Also ab hier ist wichtiger Widerstand, 17.700. Das ist jetzt hier von der Gegenbewegung seit dem Tief am Montag das erste wichtige Target. Das zweite wichtige Target sind 17.900, aber der dürfte sogar die 18.200 abholen, nur um dann hier nochmal massiven Widerstand zu sehen im Rahmen vom 61er, 65er Fibo und was letzten Endes hier Support war, kann dann hier natürlich nochmal zum Widerstand werden. Pullbacks beim DAX finde ich aber auch durchaus interessant. Ideal wäre allerdings, das muss man auch dazu sagen, umso mehr Abstand er sich jetzt hier aufbauen kann zu den 17.400, umso besser, weil dann kann er hier, wenn er beispielsweise wirklich jetzt in Richtung 18k läuft, diesen Bereich die 200-Tage-Linie nochmal als Support einloggen und das wäre sehr, sehr spannend, das wäre sehr, sehr bullisch und dann muss man sagen, kann dieser Montags-Tipp hier definitiv auch das finale Tief gewesen sein für den DAX, was jetzt ein bisschen kritisch wäre, wenn wir jetzt hier wirklich beim 38er Fibo bereits großen Druck bekommen sollten und wenn wir eben aus aktueller Sicht nach der, aus Sicht des Abverkaufs, durchaus nach wie vor müden bullischen Gegenbewegung zurückfallen sollten unter die 200 Tage gehen, wenn es jetzt das hier geben sollte, dann wie gesagt steht dem DAX auch noch Tür und Tor offen für etwas tiefere Kurse im Bereich 16.700 bis 16.200. Über 17.400 ist der DAX nicht nur in Sicherheit, sondern potenziell auch bullish für einen Shortsqueeze in Richtung der 18.000 Punkte. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit PayPal. Aktueller Kurs 64 US-Dollar, damit über den wichtigen 63 US-Dollar und auch weiterhin über 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie und 20-Tage-Linie. Was interessant ist, dass diese drei gleitenden Durchschnitte sich hier ganz genau kreuzen aktuell und dass jetzt hier die 20-Tage-Linie auch so ein bisschen nach oben durchzieht und kurz davor ist, über die 200 und über die 50-Tage-Linie zu springen und damit wären alle drei gleitenden Durchschnitte quasi in Reihe und Glied und das würde uns sogar anzeigen, dass PayPal hier dabei ist, einen Aufwärtstrend zu bilden und das wollen wir nicht mehr gebrochen sehen. Wir wollen die Aktien nicht mehr fallen sehen unter diese drei gleitenden Durchschnitte, also auch nicht mehr unter die 200-Tage-Linie. Vor allen Dingen keine Kurse mehr für PayPal unter 61 US-Dollar, auch wenn es sich nochmal dippen kann, das muss man wirklich dazu sagen, das ist hier nicht aus den Karten. Ganz klar, auch der Backtest kann nochmal anstehen von diesem übergeordneten Abwärtstrend, Earnings hoch, dann hier nochmal das Top im Juni, dann gab es den Fake-Out drunter und jetzt sind wir wieder drüber. Das kann hier jederzeit nochmal bestätigt werden, aber solange sich die Aktie jetzt über 61 US-Dollar halten kann, ist das durchaus als freundlich zu bewerten. Ich würde mir auch genau anschauen, ob ich da nochmal einen Backtest der 200-Tage-Linie hier kaufen würde. Was allerdings auch fehlt, muss man auch ganz klar dazu sagen, ist aus Sicht des Earnings-Tops hier im Mai ein übergeordnetes neues, höheres Hoch, vor allen Dingen, weil auch zuletzt diese Widerstandszone bei den 67, 68 US-Dollar gegriffen hat. Hier müssen wir raus, Zielzone, aktuelle Zielzone ist im Bereich zwischen 70 und 72 US-Dollar, also genau im Bereich vom Hoch von den Earnings und da müssen wir, da sind die Earnings gemeint, im Mai und hier müssen wir ausbrechen über 73, dann dürfte es relativ schnell gehen in Richtung der 76 und über 82 US-Dollar, das wissen wir, das ist es. Corona-Tief gewesen hier im Jahr 2020, da sieht es dann extrem gut aus für PayPal, aber kurzfristig bleibt hier zu beobachten, dass sie jetzt eben hier nicht komplett abstürzt und vor allen Dingen aus aktueller Sicht, das müsste man sich dann genau anschauen, hier unten im Bereich um die 57, aber das wäre auch aus Sicht der Preis-Action extrem kritisch, wenn PayPal das hier zeigen sollte, zurück unter den Trend, zurück unter die 200-Tage-Linie, dann müsste man durchaus ein Washout auf dem Schirm haben in Richtung Kurse um 54 bis 55 US-Dollar, über 61 und vor allen Dingen über 63, 64 US-Dollar, sieht PayPal hier aber, muss man sagen, durchaus gut aus. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member, dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla, heute wieder auf dem Weg zur 200-Tage-Linie, ein kleines Warnsignal, wir sind unter dem Aufwärtstrend, wir sind vom Tief angestiegen zum jetzigen Zeitpunkt um 6,2%, also hier auch gerade was die Intraday-Ranges angeht, extrem volatil, Tesla, der große Breakout gelingt uns hier erst, wenn wir die 206 US-Dollar rausnehmen, vor allen Dingen auch über der 200-Tage-Linie handeln und ansonsten haben wir die Aktie hier im Rahmen um die 188 bis 184 im Extremfall, wäre auch ein Wick erlaubt auf die 180 US-Dollar durchaus auch als Titel auf dem Schirm, den man hier im Rahmen einer potenziellen Buy-the-Dip-Strategie beobachten kann. Eins muss man aber auch sagen und darüber sprechen wir die letzten Tage schon, wenn Tesla die 180 reißen sollte, hatte sie ab diesem Zeitpunkt nochmal fast 20% Downside in Richtung 150 US-Dollar, um den ganz großen Aufwärtstrend zu testen, also das muss jedem klar sein, der sich hier mit Tesla, ich möchte fast sagen, anlegt, jetzt in den kommenden Tagen und Wochen, das kann hier unglaublich volatil sein, mein Kursziel von 300 US-Dollar mittelfristig bis 340 habe ich aber nach wie vor auf dem Schirm, dafür, wenn diese Korrektur abgeschlossen ist und das wird sie uns signalisieren, indem sie zum einen über 206 ausbricht und dann diese beiden Abwärtstrends wieder rausnimmt, dann dürfte es hier sehr, sehr schnell gehen, wir haben zuletzt gesehen, zu was die Aktie imstande ist, wenn dann der Boden drin ist und vor allen Dingen, wenn sie impulsiv wird. Ich muss dazu sagen, ich schaue mir diese Zone hier an, um meine Position bei Tesla nochmal ein bisschen nachzuschärfen, wenn sie nochmal runterkommen sollte, bin aber grundsätzlich eben auch vorbereitet, dass wenn vor allen Dingen der Markt nochmal richtig abkochen sollte und wenn dann bei Tesla nochmal der richtige maximale Schmerz reinkommen sollte, bevor dann hier ein potenzieller, gewaltiger Doppelboden entsteht und damit natürlich, wenn man ein bisschen rauszoomt, auch ein interessantes Harmonic Setup auf diesem Aufwärtstrend. Da muss man eben ganz klar auch dazu sagen, dürfte sie, und das ist hier Fakt, abkochen bis in den Bereich um 160, bis gegebenenfalls sogar 150. Und auch auf Nvidia werfen wir heute einen Blick, hier gab es heute wieder einen Dip-Kauf im Bereich um die 100 US-Dollar, das ist hier unsere erste der beiden Kaufzonen. Allerdings muss man auch sagen, hält dieser Abwärtstrend nach wie vor extrem spektakulär. Das war dieses kleine Fake-Out oder dieser kleine Fake-Out-Versuch im Rahmen der Fettsitzung, wurde abgekocht, neue Tiefs gab es auch, 78er Fibo. Im Rahmen des Ankerpunkts im April haben wir uns auch bereits abgeholt. Was sie noch, wenn man das noch natürlich hier ein bisschen in Frage stellen muss, nicht abgeholt hat, ist die 200-Tage-Linie hier unten. Das wäre der Bereich um die 80 bis 90 US-Dollar. Wenn es nochmal richtig Ärger geben sollte am Markt, dann ist hier unten der Bereich, wo ich wirklich eine scharfe Tranche aufladen werde. Auch müssen wir hier natürlich uns so langsam, aber sicher auf die Earnings vorbereiten. Am 28. August allerdings erst. Da ist noch ein bisschen Zeit hin. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, wenn wir uns hier auf die Earnings mal eine vertikale Linie in den Chart zeichnen, dann sehen wir, dann ist das genau hier im Bereich von dem Apex, von dem extrem wichtigen Aufwärtstrend zusammen mit dem Abwärtstrend. Also ich würde es ja nicht mal ausschließen, dass sie dann mit den Earnings hier nochmal richtig abkocht, nur um dann volle Granate durchzuziehen. Hier so ein bisschen vorsichtig muss man aktuell sein. Wir sind bei Nvidia direkt am Abwärtstrend. Den würde sie brechen, um eine Rallye zu zeigen in Richtung 117 US-Dollar, wenn sie ausbricht aus den 108 bis 109, dann müssen wir hier oben sehr, sehr vorsichtig sein. Im Bereich um die 117, diesen Abwärtstrend, den haben wir zwar jetzt auf dem Schirm, weil er vor allen Dingen in den letzten Tagen respektiert wird, aber in erster Linie ist es dieser Bereich um die 117, der extrem gefährlich ist als Widerstand. Auch von hier könnte sie dann nochmal komplett abkochen in diese Zone. Nur über 117 US-Dollar. Aber wenn sie das Level dann halten wird als Support, dann muss man damit rechnen, dass der ganz flache, dieser Doppeltop-Abwärtstrend in Gefahr gerät. Und das hat sie uns gezeigt zuletzt, was sie dann macht. Das ist genau der gleiche Abwärtstrend, wie hier, den wir gesehen haben. Im März bricht hier aus. Alles klar. Dann gehen wir in Richtung neuer Allzeithochs. Nvidia ist bei mir ganz, ganz, ganz weit oben auf der Watchlist. Und ich muss auch ganz klar dazu sagen, aber wie gesagt, ich stehe dem KI-Narrativ auch weiterhin konstruktiv gegenüber. Tipps bei Nvidia sind für mich durchaus interessant. Diese 100-Dollar-Zone, die habe ich jetzt abgegrast. Hier bin ich jetzt eher nicht mehr interessiert, weiter aufzuladen. Das hier unten, wie gesagt, das wäre dann hier für mich nochmal die Zone, wo ich die deutlich schärfere Tranche aufladen würde. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze. Und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.